Stell dir vor, du leidest an Haarausfall, deine Haare auf dem Kopf werden immer lichter und du bekommst Geheimratsecken. Und du bist 30 Jahre alt. Dann ist das halb so wild. Aber unser heutiger Kandidat ist erst 19 Jahre alt und hat seit 5 oder 6 Jahren Haarausfall. Hier ist seine Nachricht. Hallo Jakob, ich stelle mich erstmal kurz vor. Ich bin mittlerweile 19 Jahre alt. Ich mache sehr gerne Sport und mache zur Zeit meine Ausbildung. Nun zu meiner Person. Ich leide seit 5 bis 6 Jahren an erblich bedingten Haarausfall. Ich bin mittlerweile schon alles durch, was du dir vorstellen kannst. Ich habe angefangen mit Ölen und Cremes, dann mit Vitamintabletten und Kreatine. Nehme ich bis heute auch noch Zwecksport. Ist vielleicht tendenziell sogar kontraproduktiv für den Haarausfall, aber dazu komme ich noch später. Dann umgestiegen auf Rizinusöl, dann Minoxidil, das ich dann aber abgesetzt habe, weil es keine gute Wirkung mehr hatte und auf Finasterid umgestiegen, das ich mittlerweile seit fast einem Jahr benutze. Wir sehen auch gleich, ob Finasterid bei ihm funktioniert hat oder nicht, denn er hat sehr, sehr gute Fotos zu seinem Fall mitgeschickt. Meinen Haarausfall konnte ich mit Finasterid einigermaßen stoppen, aber nicht komplett. Also habe ich mich zu einer Haartransplantation in der Türkei durch die Firma blablabla entschieden. Insgesamt wurden mir 4.500 Grafts implantiert im Alter von 19 Jahren, also jetzt vor 5,5 Wochen hat er das machen lassen. Dazu haben wir natürlich auch Fotos. Davon 4.000 Grafts im vorderen Bereich und 500 im Tonso-Bereich, das heißt hier hinten. Die OP ist mittlerweile 5,5 Wochen her und ich sende dir gerne Fotos zu, wie ich mit vollen Haaren damals aussah, wie ich vor der OP aussah und aktuell. Ich weiß einfach nicht mehr so richtig weiter und meine letzte Hoffnung ist die Haartransplantation. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die PRP-Behandlung dazu machen soll oder ob das unnötig wäre. Du hast zu diesem Thema ja ebenfalls keine klare Entscheidung getroffen. Ich wollte einfach deine Meinung mal dazu hören und ob du eventuell irgendwelche Tipps für mich hast. Es muss sich einfach etwas ändern. Ich leite unter Depressionen und habe keinerlei Selbstbewusstsein. Wenn ich mit anderen Leuten rede, hat er Angst. Hier die Bilder vor 10 Jahren. Sehr interessanter Case, Freunde, denn ich kann mich sehr gut in seine Schuhe hineinversetzen, denn vor ca. 10, 11, 12 Jahren war ich in derselben Situation. Ich bin mittlerweile 31, aber habe auch Haarausfall, seitdem ich ca. 16 bin. Daher ein interessanter Case für mich und für viele andere Zuschauer wahrscheinlich auch. Und hier haben wir unseren Kandidaten vor 10 Jahren, als er noch ein Kind war, mit vollen Haaren. Und was man hier ganz gut erkennen kann, ist natürlich direkt volles Haar. Aber das hat jeder erstmal in der Kindheit. Gut, ich möchte nicht sagen jeder, es gibt immer Ausnahmen, aber haben die meisten. Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Foto. Das Foto ist ca. 6 Jahre alt. Und hier sehen wir auch noch volle Haare, eine tolle Haarlinie, viel Haar. Also insgesamt eine geile Frisur, die einfach gut ausschaut. Freunde, by the way, denkt bitte daran, dem Video ein Like zu geben, den Kanal zu abonnieren, denn damit würdet ihr mich unterstützen und ich könnte in Zukunft weitere Videos für euch drehen. So, und hier das nächste Foto von ihm. Und dieses Foto ist 9 Monate alt, Freunde. Das heißt, hier hat er noch kurz mit Finasterid angefangen. Erst seit 3 Monaten nimmt er es hier in diesem Fall. Dürfte noch keine Wirkung zeigen. Und jetzt danach müsste es kommen. Wir haben jetzt auch das nächste Foto, das ist 4 Monate alt. Aber ich möchte kurz auf dieses Foto eingehen. Ist klar, das ist ein extremer Case. Ein 19-Jähriger mit diesem Haarstatus. Das ist ein ganz klarer Norwood 6. Oben hat er noch ein paar Haare, deswegen sage ich ganz klar Norwood 6, weil die werden jetzt auch nach und nach ausfallen. Und ist ein Extremfall. Ist es das Schlimmste, was ich gesehen habe? Nein, ich habe viel schlimmere Fälle gesehen, aber das gehört schon zu den schlimmeren Fällen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, und dann schauen wir uns das nächste Foto an. Hier, das Foto ist 4 bis 5 Monate alt. Und hier hat er bereits Finasterid länger drin. Und was wir hier gut erkennen können, ist keine große Veränderung. Jetzt ist die Frage, ist er noch gar kein guter Responder? Oder macht er irgendwas falsch? Sollte er etwas anders machen? Dazu gehen wir auch gleich ein. Dazu schauen wir uns aber zuerst nochmal das nächste Foto an. Und zwar ist das Foto hier direkt vor der Haartransplantation in Istanbul. So, Freunde, ganz kurz nochmal zu seinen Fragen. Und zwar war seine Frage ja Kreatin. Beziehungsweise das war gar nicht seine Frage, darauf wollte ich eingehen. Kreatin erhöht im Zweifel das Dihydrotestosteron. Ich habe bereits ein Video gedreht zum Thema Zusammenhang von Finasterid, Dihydrotestosteron und Haarausfall. Bin da auf die aktuelle Studienlage eingegangen. Wer sich das Video anschauen möchte, kann einfach mal nach diesem Video suchen. Ach, ihr braucht gar nicht danach zu suchen. Checkt einfach die Infobox ab oder hier unter dem Video ist auch ein Link. Und zum Thema PRP, hat er bereits gesagt, habe ich auch keine klare Meinung dazu. Stimmt bis zu einem gewissen Teil, Freunde. Ich habe eine relativ klare Meinung mittlerweile dazu, damals, als er das Video wahrscheinlich gesehen hat. Damit meint er dieses Video, Freunde, PRP-Video. Da bin ich auch auf die Studienlage eingegangen. Könnt ihr auch hier in der Infobox anklicken oder hier unten in der Beschreibung. Und zwar habe ich zur PRP eine ziemlich klare Meinung mittlerweile. Es macht wirklich meiner Meinung nach relativ wenig Sinn, um seinen Haarausfall zu stoppen oder zu verlangsamen oder wieder voller Haare zu bekommen. Es gibt ein paar Szenarien, in denen die PRP-Behandlung sinnvoll eingesetzt werden kann. Aber sein Fall ist meiner Meinung nach da, diesbezüglich nicht sinnvoll. Was ganz klar ist, warum wird die PRP-Behandlung angeboten. Das liegt einfach daran, dass Unternehmen, die Haartransplantation anbieten, in der Regel auch PRP-Behandlungen anbieten, das im Portfolio haben und dann natürlich dementsprechend hier Cross-Selling betreiben und sagen, okay, jedem, dem wir eine Haartransplantation verkaufen, der jung ist, ja in dieses Profilfeld, dem müssen wir auch versuchen, eine PRP-Behandlung mitzuverkaufen. Und so kommt das zustande, dass so viele Empfehlungen für die PRP-Behandlung zustande kommen. So, hier nochmal ein weiteres Foto von ihm. Ach, darauf sind wir ja gar nicht richtig eingegangen, Freunde. Und zwar seine Hairline. Ganz, ganz spannend. Wir sehen hier eine relativ konservative Hairline, die auch nötig ist. Ich wäre bei ihm sogar vielleicht den Schritt gegangen und hätte es sogar noch ein bisschen konservativer gemacht. Noch ein bisschen mehr Geheimratsecken. Aber das würde wahrscheinlich vielleicht dazu führen, dass er weniger zufrieden sein würde mit dem Endresultat. Daher finde ich, ist die Hairline hier tatsächlich sehr, sehr gut gewählt. Muss man wirklich ganz klar sagen, Props an dieser Stelle. Hier das nächste Foto an der Tonsur. Da kann man natürlich noch hoffen, Freunde. Da ist er ja mit Finasterid noch drin. Und das Ziel von Finasterid ist meiner Meinung nach jetzt rein objektiv gesehen und auch realistisch gesehen, dass die Tonsur zuwächst. Oder dichter wird. Und daher hätte ich auch in die Tonsur dann nicht zu viele Grafts reingesetzt. Geht auch gar nicht. Ja, wir haben hier 4.500 Grafts gerade angesagt bekommen. Das heißt, um es vorne dicht zu bekommen, dann müssen die 4.000 Grafts rein. Hinten dann die 500 Grafts. Und das hat dann nochmal so einen zusätzlichen Effekt, Freunde. Es ist tatsächlich so, wenn man Haare in die Tonsur transplantiert, dann werden ja damit diese Haare dann auch richtig anwachsen können, dieser Bereich natürlich viel besser durchblutet. Und das kommt auch den restlichen Haaren dort zugute. Und mit Finasterid in Kombination kann das schon sein, dass diese 500 Grafts gut was bringen. Und vorne wird es dann auch schön dicht werden mit den 4.000 Grafts. So, hier sehen wir ihn dann auch wirklich 5,5 Wochen nach der Operation. Und was wir hier sehen können, ist die Hairline. Was wir hier sehen können, sind Haare, die vorher nicht da waren. Er hat auf jeden Fall jetzt Haare in der Frontline. Die waren vorher nicht da. Und was ihm natürlich ganz krass zugute kommt, ist der niedrige Haut-Haarkontrast. Ja, seine Haare sind mega hell und auch seine Haut ist mega hell. Und das ist halt optimal, um das Beste aus dem Ergebnis überhaupt zu machen. Also alles in allem hier nochmal von oben, was wir hier ganz gut sehen können. Also wenn die Haare in der Front noch ein bisschen länger werden, dann ist die Front zu. Die Front ist zu, die ist dicht, die sieht gut aus. So, hinten wird es wahrscheinlich noch relativ kahl bleiben. Ja, da kann man natürlich jetzt noch auf Finasterid hoffen. Und ich würde noch etwas anderes machen, und zwar zum Thema Kreatin. Ich würde das Kreatin für ein halbes Jahr absetzen und gucken, ob dann die Tonso zuwächst. Weil es kann tatsächlich sein, dass das zwar Finasterid den Dihydrotestosteronspiegel senkt, aber das Kreatin wiederum den Dihydrotestosteronspiegel zwar nicht so heftig vom Verhältnis her erhöht, wie das Finasterid das Dihydrotestosteronpiegel senkt, aber so stark gerade erhöht, dass das gerade über die Grenze drüber ist, wo die Haare wieder zurückkommen würden. Daher ganz klare Empfehlung, Kreatin für ein halbes Jahr absetzen, mit dem Finasterid fortfahren und gucken, ob sich an der Tonso was verändert. Ein halbes Jahr reicht auch völlig aus, um herauszufinden, ob da eine Wirkungsveränderung stattfindet oder nicht. Aber alles in allem, Bro, habe ich jetzt sehr, sehr gute Nachrichten für dich. Du hattest ja gesagt, du bist depressiv. Du hattest ja gesagt, du hast Angst, wenn du mit Leuten sprichst und dass du dich insgesamt einfach nicht gut fühlst, wenig Selbstbewusstsein hast. Wie gesagt, ich kann mich ja super in deine Schuhe hineinversetzen. Ich wurde damals während dem Zivildienst mit 19 Jahren, ich war auch 19, by the way, auf 30 geschätzt und weiß, wie schlimm das ist. Deswegen bei dir ganz klarer Fall, brauchst du nicht so haben. Du wirst jetzt in einigen Monaten eine richtig geile Herrlein haben. Es wird vorne richtig schön dicht werden. Hinten ist es noch ein bisschen kahl. Da kannst du halt Frisuren tragen, wo du es noch so ein bisschen, die Haare nach hinten schmeißt und das so ein bisschen kaschierst. Kannst mit Streuhaar arbeiten. Also da ist einiges bei dir tatsächlich möglich. Nicht Kopf hängen lassen. Und das Geile ist, du hast 4.500 Grafts gehabt. Du kannst nochmal eine Haartransplantation machen. Und gerade bei deinem niedrigen Haut-Haarkontrast und den hellen Haaren, Grafts-technisch ist da noch einiges drin. Wahrscheinlich sind da sogar nochmal 4.500 Grafts drin. Und mit diesen 4.500 Grafts kannst du dann natürlich nochmal die Tonsur voll machen. Das Gute ist, du darfst es sogar jetzt gerade noch nicht machen. Du musst jetzt erstmal abwarten, bis du das Endergebnis dieser Haartransplantation hast. Ungefähr, ja. Es geht auch im Zweifel ein paar Monate früher. Und in dieser Zeit hast du jetzt auch nochmal Zeit herauszufinden, okay, kommt das mit dem Finasterid und kein Kreativgut an? Und wenn es nicht ankommt, dann Finasterid weiter drin halten, wie gesagt. Und dann eine zweite Haartransplantation mit 4.500 Grafts. Und dann solltest du auch wirklich deine Ruhe haben. Warum das Finasterid drin haben? Finasterid ist im Zweifel immer ziemlich gut für die Haare. Wenn du keine Nebenwirkungen hast, einfach weitermachen. Es hat auch positive Auswirkungen auf den Spenderbereich. Es hat positive Auswirkungen auf den Oberkopf. Also alles in allem, wenn du keine Nebenwirkungen hast, mit dem Finasterid weiter fortfahren. Und dann einfach in einem Jahr die zweite Haartransplantation machen. Falls die Tonson nicht zuwachsen sollte. Und dann denke ich, hast du deine Ruhe und siehst richtig geil aus. Und das Geile ist, du siehst bis zu deinem Lebensende richtig geil aus. Jetzt nochmal an dieser Stelle eine Message an die Jungs, die nicht das Glück haben, wie unser Kandidat hier, dass sie einen sehr, sehr guten Haut-Haarkontrast haben. Dass sie wirklich einen günstigen Spender haben. Und dass bei ihnen alles so gut funktioniert, einfach insgesamt. Es gibt immer Leute, die einen schlechten Spender haben. Bei denen geht keine Haartransplantation. Obwohl sie erst 19 Jahre alt sind. Freunde, gerade in der Jugend mit 18, 19, 20, 21 ist der Haaraus halt besonders schlimm. Übt besonders viel Druck auf das Selbstbewusstsein aus. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, weil alle anderen rundherum volle Haare haben. Erstens. Und zweitens, weil man sich eigentlich nur über sein Aussehen ausdrücken kann und sonst nichts anderes hat. Wenn ihr irgendwann mal 30 seid, ja, dann habt ihr vielleicht, keine Ahnung, einen coolen Job, eine coole Freundin, einen coolen Freundeskreis. Okay, das kann man ja jetzt auch schon haben. Aber irgendwie, keine Ahnung, ein großes Haus oder irgendwas, ja, womit man das kompensieren kann, womit man sein Selbstbewusstsein drauf stützen kann. Und das hat man in diesem jungen Alter halt nicht. Und deswegen ist es besonders schlimm. Ich weiß genau, wovon ich spreche, Freunde. Umso älter ihr werdet, umso kleiner wird dieser Schmerz, umso kleiner wird dieser Druck. Und ich kann jedem jetzt sagen, der gerade jung ist und an Haarausfall leidet, später wird alles vielleicht nicht wieder richtig gut werden, wenn man nichts dagegen unternimmt, ja. Aber es wird viel weniger schlimm werden. Und wenn man was dagegen unternimmt, dann wird es wieder richtig gut werden. Ich bin mit meinem Haarsystem im Moment mega happy, ja. Er wird mit seiner Haartransplantation mega happy. Ein anderer wird mit der Haarpigmentierung mega happy. Ein anderer ist ein krasser Rasponder für Finasterid und braucht gar nichts. Ja, es gibt so viel, Freunde. Es gibt einfach extrem viele Optionen, die man wirklich in Angriff nehmen kann. Wichtig ist einfach, dass man für sich individuell herausfindet, welche Kombination an Behandlungsmöglichkeiten macht wirklich Sinn. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.